Und damit willkommen zurück. Los geht's, weiter geht's, diesmal mit Dol Guldur. Wir haben eine Ork-Armee, das ist ungeil. Wo auch immer die herkommt, weiß ich nicht. Aber mal schauen. Und ja gut, aber der Rest passt schon. Und Isengard. Könnte knifflig werden, könnte wirklich knifflig werden. Aber mal gucken, mal schauen. Also die Burg ist ja jetzt nicht ganz schlecht. Ich glaube, es ist zwar nervig. Ich muss halt schauen, wo sie herkommen. Wenn sie von zwei Seiten kommen, wird's giga anstrengend. Das kann ich sogar verkacken. Wenn sie von einer Seite kommen, dann ist es eher machbar. Aber das muss man dann sehen, wenn es soweit ist. Okay. Ich glaube, ich möchte das so wieder haben. Beziehungsweise, vielleicht ist es so besser, weil der Turm bringt mir selten was. Aber das Schwerfeuer könnte gut sein. Ja. So. Was kann der denn? Der hat den Kampfrausch. Okay. Okay, sie kommen schon mal von da unten an. Okay, du brauchst da ja nicht mit rennen. Es reicht, wenn der rennt. Und da kommt schon der ganze Bums. Schaut's mal. Aber das ist okay. Genau, wegen dem Drachen. Muss ich mich mal da ein bisschen aufstellen. Ja, das ist ja klar. Das machen die jetzt halt kaputt. Das ist einfach so. So, die Frage ist, überlebt er das? Okay. Keine Ahnung, was der da für Pirouetten dreht. Aber das ist in Ordnung. So. Es kann sein, dass ich hier abhauen muss. Das muss ich mal beobachten. Das weiß ich jetzt nicht. Aber eigentlich müsste es gut ausschauen. Vor allem, weil halt immer so Pirouetten dreht. Der gute Drache, ne? Die Schlachtwarte. Wir dürfen nicht scheitern. Sieht aber schon knapp aus, bin ich ehrlich. Ich kämpfe bis zuletzt. Nee, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das sieht gut aus. Okay, damit ist der Drache schon mal weg. Oh. Ah, okay. Das macht es noch ein bisschen schwieriger. Okay. Aber das haben wir jetzt. Also, ich glaube, es müsste passen. Schnapp, aber geschafft. Okay. Sie kommen alle von da unten. Das heißt, ich würde jetzt hier zumachen, hier aufmachen, alles da hochballern. Und, ähm, auch hier. Obwohl, das kann man hier hin tun. Das geht schon. So. Genau. Ich baue einfach durch. Einfach immer weiter bauen, 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 bauen. Und irgendwann bin ich, bin ich Vollbild hier. Vorne ist wichtig, natürlich, die Mine. Und dann, so, auch die Mine kann ich so ein bisschen hier vielleicht platzieren. Genau. Ich kann auch da unten hin. Das ist eigentlich besser, wenn ich da unten draußen bin. Das müsste besser sein. So. Genau. Dass ich hier, wo ich die Katapulte habe, mich ein bisschen austoben kann. Das Feuer lassen wir mal jetzt noch. Und wenn die hier vorbeilatschen wollen, können sie das machen. Das ist ja dann egal. So. Hier muss ich noch was bauen. Gibt hier noch irgendwo eine 45? 95. Perfekt. Gut. Und dann machen wir hier weiter. Hier weiter. Hier geht bestimmt auch noch irgendwas hin. Genau. Ja, wäre schon gut, wenn sich der ganze Bums hier sammelt. Da kommen schon die ersten Katrissen. Schaut mal. Da ist ein Baumeister. Wenn ich den snacken könnte, wäre das natürlich eine super Sache. Ist doch die Frage, ob wir das hinkriegen. Nein. Einfach mal gucken. So. Ich weiß, irgendwo da unten war ein Baumeister unterwegs. Der wird da nicht ewig sein, aber... Mal gucken. Okay. Da ist ein Baumeister. Da kommt ein Held. Mhm. Okay. Ich bräuchte hier noch ein Upgrade. Zapp, 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 zapp. Ist da gerade ein Baumeister reingerannt? Nein. Schade. Wäre natürlich cool gewesen, hier einen Baumeister zu töten. Nein. Okay, das passt. Da hat es einen Baumeister. Vielleicht kann ich den töten. Jeder Baumeister, der stirbt, ist ein Baumeister, um den ich mich weniger kümmern muss. Was natürlich gut ist. Aber der kriegt jetzt erstmal ein Problem mit Orcs. Oh, Glon kommt hier mit dabei. Das ist sehr gut. Perfekt. So. Schauen wir mal. Okay. Mal dahin. Vielleicht kann der den Baumeister töten. Vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber hey, wir versuchen es einfach mal. Hier jetzt jetzt Gorkil. Aber das müsste dieser Superzwerg schaffen. Rums. Ja, ja, ja. Perfekt. Perfekt. Okay. Wir bilden weiter aus. Das ist natürlich doof. Aber so ist es einfach. Bis jetzt der Regen kommt. So, ich hole mal Hobbits dazu. Ist nie schlecht. Okay. Und Abfahrt. Du kannst ja mal Grima angreifen. Und hier geht's dahin. Und hier geht's dahin. Und hier machen wir einfach weiter. So. Wir bilden weiter aus. Ganz wichtig. Okay. Perfekt. Das sieht gut aus. Das ist nicht so wichtig. Das passt. So. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, da hat's ein Baumeister. Das wäre natürlich gut, wenn ich den da bekommen würde. Die haben mich noch nicht wütend erlebt. Ach, ich bin bereit. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben alle Hände vor der Bataille. So. Ich fürchte dich nicht. Kennt keine Barmen. Erobert das Land zurück. Wo ist der Baumplatz? Okay. Gucken wir einfach mal. Dann sehen wir schon, ne? Geht in Stellung. Balans, 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 noch ein Axtkrieger. Hier könnte man da was machen, ne? So. Aha. Perfekt. Ein Baumeister tot. Da drüben ist der andere, wenn wir die auch noch töten. Es ist einfach wichtig, dass ich die Baumeister tot bekomme. Und schwupp. So. Dann das zerstören. Weil Ressourcen sind das Wichtigste, was die KI tatsächlich hat. Die braucht nicht so viele, aber dafür tut alles, was sich kaputt macht, doppelt so weh. Das ist immer gut. Hier reparieren wir mal. Was da langläuft, interessiert uns auch nicht. Und dann können wir hier noch ein Upgrade fahren und hier noch ein Upgrade fahren. So. Da hat es, ne. Da hat es keinen Baumeister. Ich dachte, es wäre ein Baumeister, aber das ist meiner. Zählt also nicht. Na gut. Wir können das dann machen. Genau. Gut, 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 gut. Haben wir schon 40%? Meine Augen bringen mich um, alter, der Heuschnupf. Ich muss gleich nochmal... ...Tropfen rein knallen. Ganz schlimmer Heuschnupfen. Ja, das ist ja kackegal, ist aber noch mal ehrlich. Das ist egal. Der da muss weg. Erst muss der weg. Dann muss das weg. Das macht nichts. Der kann sterben. Ich habe bereits so viel Damage gemacht. Das ist okay. Der dürft sich. Das passt schon. Ich bin jetzt bei 20%. Das ist jetzt nicht so viel. Der muss da mal weg, weil er steckt mir gleich. Lieber es, wenn ihr dann nicht alle hinterher bleibt. Okay, da muss ich mich noch ganz kurz zurückziehen hier. Aber das ist kein Problem. Noch nicht. Könnte es werden, aber noch ist es kein Problem. Okay. Das ist halt die Frage, wo ist jetzt dieses Hauptlager? Weil das ist irgendwo hier, das habe ich noch nicht gescoutet. Und solange ich nicht weiß, wo was ist, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Na gut. Ah ja, das ist ein Vollbild. Alles easy. Das tut halt weh. Ist aber auch ein Mann. Na, wenn es ihm Spaß macht. Hast du da Bogen schützen? Ah ja. Okay, du kannst ja mal zur SLB. Hier, das sieht es auch so aus. Ah, da hat es einen Baumeister nicht. Den Baumeister kriegt das ja gut. Komm schon, noch ein paar Einschläge. Sehr schön, Baumeistertod. Das ist wichtig. Okay. Perfekt. Dolomente. Okay. Na komm. Geht schon, ne? Ja. Genau, der Bogen, der darf sterben. Sollte jetzt von natürlich eigentlich nicht, aber er darf ist. Das ist okay. Weil der tankt und der macht es schon. Ja, so mag ich das. Haltet sie in Schach. So. Das macht nichts. Das wichtig ist, dass der nicht stirbt. Der darf nicht sterben. Ja, ist ein kleiner Setback, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Ich mache immer noch gut Geld und ich kann das nächste Katapult bauen und dann sollte das passen. Wahrscheinlich sollte ich eher so ein paar Dinger bauen, um ihn abzunerven. Und gut ist, dass ich ihm die Ressourcen stehle. Das wäre eigentlich wichtiger. Ganz im Ernst, dieses eine Viech ist doch scheißegal. Das rennt ihr da ewig nach. Bringt doch gar nichts. Eine riesen Verschwendung. So. Hier weiter bauen. Das passt. Hier geht's alle da rein. Dafür ist es nämlich da. Genau. Guck mal. Ich könnte ja mal mehr Gebäude bauen. Sei mal ehrlich. Das könnten wir tun. So. Das wird repariert. Wo habe ich denn die Phalan? Die brauche ich hier so ein bisschen defensiv. Das wäre wichtig. Genau. So. Der hat dauerhaft zusätzliche Trefferpunkte. Das ist nicht schlecht. Sprung kriegt er irgendwann. Erderschütterer und Führerschaft. Die meisten solider fällt. Vor allem, weil die Führerschaft. Die macht absolut Sinn. Seien wir ehrlich. Führerschaft ist ein sehr wichtiger Buff. Den ich viel zu selten habe. Okay. So. Du müsstest das da töten. Und ihr müsstet auch das da töten. Sind das jetzt wieder so Einheiten, die einfach blöd durch die Gegend rühren? Naja, dann. Ihr müsst dem ja nicht hinterher dackeln. Wenn wir ehrlich sind. Ich würde sagen, als nächstes baue ich dann mal eine Schmiede. Ja, ich bin jetzt bei 20%. Das geht besser. Mann, ich habe Geld. Der geht auch. Perfect. So. Leider nur zwei Halblevel bekommen. Alles okay. Für uns Brand ist weitergekommen. Und der Rest ist egal. Alles easy. Sehr schön. Ja gut. Passt. Lass dich. Gefällt mir. Schauen wir mal, ne? So. Alles abwählen. Und dann sind wir fertig. Das Traurige ist nur, all diese Siege, die ich erringe, sind ziemlich bedeutungslos. Weil sie bringen mich nicht weiter. Sie halten mich zwar irgendwie am Leben, aber... Whatever. Man hat das jetzt kein... Na gut. Aber hier machen wir auch wieder Ende. Speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020